Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 6. September 2019 mit dem Video Engelbotschaft für dich. Heute sagen dir die Engel, erfülle dein Herz mit Glückseligkeit. Du hast das Recht, so glücklich zu sein, wie du es nur wählst. Es gibt in deinem Inneren und in der Welt einen unbegrenzten Vorrat an Freude. Jeden Tag werden dir vielfältige Gelegenheiten geboten, die sich um deine Aufmerksamkeit bemühen. Die Entscheidung, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, ist ein Abbild dessen, was du in deinem Leben willst. Wenn du dich für Glück entscheidest, wirst du viele Beispiele sehen, die deine Wahl stützen. Du wirst beginnen zu erkennen, wie viel Güte, Liebe und Zuvorkommenheit es im Universum gibt. Falls du heute merkst, wie deine Energie oder Schwingung abfällt, so ist dies ein deutlicher Hinweis darauf, dass du dich auf etwas ausgerichtet hast, das nicht gut für dich ist. Erinnere dich daran, dass du stets genau die Beweise für die Meinung über dich selbst, andere Menschen oder die Welt finden wirst, die das stützen, woran du festhältst. Welche Einstellung oder Sichtweise würde dir und anderen am meisten Glück bringen? Ein Gedanke für dich für den heutigen Tag, sprich es laut nach. Ich wähle bei allem, was ich tue, Freude und lenke meine Aufmerksamkeit auf die vielen Beispiele von Liebe und Glück, die mir begegnen. Es gibt unendlich viel Güte auf diese Welt. Die Menschen sind freundlich und liebevoll, genau wie ich. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald Namaste, deine Valeria.